Mit Jeans Maschine gibt Larry dem Reporter inzwischen Flugstunden. Einmal Start und Landung und dazwischen bitte tanken. Mit welcher Geschwindigkeit heben wir ab? Vielleicht mit 75 Meilen. Und dann zieht es einfach nur langsam zurück. Aufgabe 1, Hände ans Steuer und abheben. Wie sagt ihr, wenn wir das 75 haben? Die meisten der Strecken werden hier tatsächlich mit dem Flugzeug zurückgelegt. Zum Friseur, zum Strand nach Miami oder um die Ehefrau nach New York zum Einkaufen zu fliegen. Das Flugzeugdorf besteht insgesamt aus nur 450 Villen. Die meisten von ihnen mit Flugzeuggarage, alle mit Pool, fast alle mit Flugzeug. Oder ersatzweise mit privatem Golfplatz. Aber alle liegen in Millionen wert. Trotz der hohen Flugzeugdichte zu Zusammenstößen kam es im Dorf bisher noch nicht. Jean fliegt nicht so gern in den Mittagsstunden. Ihm ist es da zu heiß. Er ruht sich lieber im Luxusviertel aus. Dabei sind Villen wie seine hier die Regel. Teuer wird es dann, wenn die Bude einen Flugzeughanger hat. Damit der Flieger nicht nass wird, wenn es draußen regnet. Aber wenn die Spiegel nicht dr zu zweitiert, wenn es draußen ist, dann über die Systeme schre为 er. Ihm dice mir, das ist곧 erinnert. An locken sich keine Spiegel nicht damit an. Aber also sind mich immer 20- within den Luftfahrzeug produziert. Ich kann es nicht nass, dann will man Bude einen noch einem puff zu einem空über hoch今日は.